Hallo, ich habe gerade das Free-Pack aufgemacht und habe nicht gesehen, was ich gezogen habe. Ah, hier ist das Panzerschwert. Was, jetzt instillt ein Free-Pack? Ja, aber ich habe nicht gesehen, was drin ist. Es war komplett verpackt. Das war ganz weird. Doch, es war ein Horizon-Emote, ein Sticker-Pack. Horizon-Emote, Sticker-Pack und ein herrschöses Metall. Stu-Cost-Matex, ja, das will ich jetzt erst. Scheiß drauf. Digga, ich blicke hier gar nicht durch. Was sind das, Alter? Nein, ich mache ein Event-Pack auf. Ein Legendary. Denn ich mache meins dann noch. Ein Wingman-Skin, der komplett scheiße aussieht. Der Türsteher habe ich gezogen für die Wingman. Ich finde, es kostet jetzt weiter. Nee, Metalle, Herstellungsmetalle immer noch 1600. Aber dafür 500 Apex-Coins jetzt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so wasten soll. Soll ich wirklich meine ganzen Metalle ausgebe, Chat? Ich habe so was für die Wingman. Ich habe so was für die Wingman. Jetzt, achtet. Ich ziehe jetzt das Erbstück. Aha. Loll, guckt euch mal das 12-Pack-Bandern an und guckt euch mal den Anhänger an. Ich muss jetzt 500... Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Scheiß drauf, Digga. Was ist das Wort? One-Winged Angel, Deathbox-Klick. Oh Gott, das ist so... Ich verschwende gerade wirklich meine ganzen Metalle für diese Scheiße, die ich nicht ziehen werde. Was ist das jetzt wirklich? Dafür? Oh mein Gott. Was ist das? Heizmaul, was war das? Oh... Hast du es bekommen? Digga, das war... Das war übrigens die Animation. Ich habe den ikonischen Wurzeln-Skin gezogen. Achso. Ich dachte schon, ich habe den gezogen, weil das genauso ein Sound war wie ein A-Stück. Geil, ich habe... Ich habe 1000... Ach egal, scheiß drauf, ich mache noch eins auf. Ich bin süchtig jetzt. Ich verschwende meine ganzen Metalle jetzt, lass dir die Scheiße. Alter, Junge, du hast einfach schon 10.000 ausgegeben, Junge. Was machst du wirklich? Das ist so eine Verschwendung. Was findste? Aber was mache ich denn sonst damit? Das stimmt tatsächlich. Was macht er denn sonst damit? Ja... Zwei... Zwei episch-Legendäre in einem Pack. Ein Rahmen und ein Sentinel-Skin. Okay. Oh, guck mal, der Wave-Skin hat an so einem Arm-Ring die Materia drin, sehe ich gerade. So eine lila und eine gelbe Kugel. Das sieht voll cool aus. Ey, der Wave-Skin ist doch... Ah, yo! Absolut. Einfach reingebuttert, jetzt hier alles. Scheiße. Kannst du gerade Sticker bekommen? Geht rein. Okay, die Chance ist halt so dumm gering und ich werde das nie im Leben ziehen. Äh... Ich hab auch nur noch... Der Krypto-Skin ist cool. Ich hab auch nur noch... Ich kann auch... Zwei... Zwei könnte ich noch. Ich weiß nicht, ob ich dir alles ausgeben soll. Ich finde... Ich finde die Waffen-Skins alle ultra geil. Gib mir wenigstens nochmal... Die Waffen-Skins sehen auch wirklich gut aus. Der Longbow-Skin, Junge, der ist so brutal. Digga, aber der Havoc-Skin auch, Junge. Hellfire. Ja, ja. Oder der K-Skin oder der Nemesis. So krank. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab äh... 3 legendäres Sticker gezogen. Wow. Was ist das? Was denn? Bei mir hier ist was rot leuchtend. Halt's Maul, wenn das jetzt das Ding ist. Halt's Maul. Halt's Maul. Ist das Ding? Ich hab's. Ist das Ding? Ping mal. Kannst du mal zeigen? Ich hab's growing- Ich hab's... Digga, er hat's reingedirbst. Wie geil! Digga, ich hab's... Ich hab's nicht tempted... Der hat's doch keinen Bock mehr. Hab man das Wechseln? Das kann man Swapen. Oh, schlägst du ihn grad die ganze... Oder was? Der ist weak on me. Ich komm mich da am besten hinterher! Oh! Das Ding ist so fucking OP. Guck mal, was er mir für Damage gemacht hat. Gar nichts, Alter. Scheiße ist das Ding OP. Achso, blockst du einfach und dann frisst du ihn? Ja. In vorne? Halt's Maul, du kannst ja mit Pani hoppen, Digga. Während du blockst, Junge, what? Komm her, Kollege, Digga. Digga, er hat ihn. Dumm OP ist das, Digga. Guck dir das an, Digga. Wie dämlich auf Power ist das denn? Du bist dumm, Digga. Guck, was er mir für Damage macht. Gar nichts, Digga. Hä? Junge. Die OP. Hey. Gott, ich aim' wie ein Toastboot. Digga. Ey, du Hund. Ey, der ist da Nessie, pass auf. Macht ja gar kein Schaden. Der hat auch nen Knife. Was will er machen, der denn? Doppel-Knife, ha? Noch ein Army. Muss da weg. What? Der hat die Kacko one-shotted. Bitte, helf mir, Muls. Zwei Stückchen hier. Perfekt. Der Maid wird absolut weggebeamt. Jawoll! Ja, saubi. Ja, last one. Stop Horizon. Wie dumm du bist, ist du nicht furscht, wirklich. Das war'n. Ich hab' keine... Ich kann nicht rein dashen, Mann. Ich hab' keine... Ich hab' keine... Ich kann nicht rein dashen, Mann. Oder auch nicht. Der hat so Angst, ne? Der hat so Angst. Hau'n aufs Maul! Hau' ihn ab! 12 damage. Du kannst, du kannst nicht auf ihn drauf drappeln und dann... so smash, smash. Maid, hilf mir! Stopp doch jetzt! Der hat diese Scheiß... Der hat diese Scheiß... Der ist auf die Fresse, ja, saubi. Aber sonst nicht. Maid ist AFK übrigens, ne? Die müssen leider, ne? Holy shit. Scheiß, Alter, es ging ab. Hier ist auch was gelandet, ne? Vor uns. Ja, deshalb bin ich hier gelandet. Ich hab' ne Volt. Weil ich nicht late-troppen will und dann sterben... Und dann nicht sterben will, weil ich keine Waffen hab. Da war einer. Der ist schlecht! Der ist correct! Da ist noch einer! Ein anderer! Oh mein Gott, Riker. Guck mal, was der mit drückt, Juma, ja? Oh, Jumika kann schon mit der Fresse... Bitte überlebt! Bitte! Ich komm! Ey, was? Mach was! Philipp, hilf mir! Ich bin gleich da! Ich bin gleich da! Ich bin gleich da! Wieso laut? Hier, hier, hier! Nein, push den, push den, push den! Never finish! Oh nein! Er ist on me, on me, on me! Hey, rechts! Philipp! Ja, ja! One! Ich hab' zwei! Ich hab' keine Muni mehr! Philipp, mach was! Energy! Hast du Energy, Moon? Energy! Nein! Nein! Der sieht dich! Der macht nix, der ist schlecht! Wehe! Der wirft den! Ich mach' denn der! Der ist schlecht! Guck mal! Der zauert! Let's go! Ja, moin! Beste Watson, Evo, West! Ist so, Alter! Ich hab' Watson, Main! Wegen diesem Kackskillen werde ich jetzt Watson, Main! Ich weiß es ja auch nicht! Ich weiß es nicht! Ich liebe die 301! Neuerhaft! That's what the total damage of g outsiders. Da komm doch der Nessi! Vorsi! Ist es ja auch nur der Nessi! Einfach 301 gegangen! Guck mal dahinten! Flow! Der bei mir on des! Nessi. Was hat der daarte? Das Schwert. Digga, Nessi hat Kubernetes gemacht! Stille damit, hallo! Ich hab' mir Leaffenieuordnung 2 oder nessi. Da ist ответ mit dem entry levant. Vergeeggt? der ist so low 20 Flash hier lasert die, lasert die nice ich nehm das Schwert ach Digga hier sind voll viele Nessis die haben da gewettet oder ja Max Conduit Tag wirklich down nein von hinten West schnell der hat gesniped Nessi Mann ich mach direkt ne Ulti hier hin da kommt noch ein Team Hallo das ist so dumm OP ok ich brauch meinen Light-Mack jetzt Hallo Wingman-Hit geht eins und balken da unten von dem Schild hoch Schnell da mal ach segar Wait for slow Hallo du auch du musst ja moin ich sehe nichts oben im Headcliff 2 ich hab halt keinen Mac mann ich kann hier gar nix spielen mein Wingman ist ja hier alle alter die wollen nie weg können wir benutzen ihn niemals wer hat den geplast jetzt jetzt hab ich mal Crit oh 42er Crit 42er Crit crit mole lass mal pushen komm mit ich push vor mit mit Schwert alle gestern alle gestern alle gestern oh mein Gott wo denn ich will auch auch 30 ist das so frech ich will auch was denn ist schwer ich bin es ja gar nicht oh mein Gott wir haben auch eins das so läuft wirklich gestern gestern wie dann ist es guck hier guck hier guck hier die doch der ist weggepellert glaub ich oder so hier nein hier hier jetzt ist da Jerry Jerry bei dir bei dir ja hallo ey das schwer ey geh doch dick hab ich das verkackeln er rastet sich aus danke der wär das jungen der wär schon 10 mal down gewesen ja 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 safe ich weiß ihn ja hallo ich hasse euch beide du bist nicht gerade gut nicht gut denkst glaube ich links ist was glaube ich bleib in der ecke sitzen ich glaube ich am links ist gehört da hinten ist auch was die haben gerade das geschwert genommen ich muss die range noch ein bisschen einschätzen lernen weil das ding hat ja eine unfassbar kranke range achtung Jerry oder nach der liebten job das muss man erstmal raffen die range aufm torm welche waffen dieser blaue hop-up ist digga weil der ist zu krass du musst auf den hop-up drauf gehen mit deinem ding ja ich hab den hop-up digga der war nur auf der wingman hallo die schießen nur auf mich oh mein gott was hab ich getan sind dann drei Leute reingesleitet reingedings hat wer nades ist ja übel cool Skynade da drauf als flash das sind drei Leute ne ich mach meine tech hoch 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 vorbeigefinisht unscheinend hä wie sehen denn jetzt die Catalyst Spikes aus guck mal die leuchten nur richtig man sieht die jetzt voll evangelist ich mach die guck mal hier ist noch nen Puppel ein Robootes ich weiß dasselbe muss erstmal herkommen jawem hä warum muss er standen ... ... hat wer noch Böss ich hab keine mehr Digga das hat grad so gelegt das hört doch sowas so komisch an wirklich warum diesen kritischen mit diesem krit ding es hört sich komisch an sieht irgendwie auch anders aus ja dann los macht jump hit und dann let's go oh digga die hitz ich liebe 301 wirklich ich push den hier vorne bei mir das system ja gescannt noch mal links kommt ein neues team rein glaube ich vielleicht die gast ist doof um die nate komm herr gary hier ich mache heute hier da ist einer guck mal der nassi das war schon wieder das ist dann ein watson schon nicht dran der 15 kp ja 8 kids 7 ist es frech ich habe jetzt den kritz aufsatz für die 301 ich bin dumm ich bin ein bisschen dumm so ein bisschen bin ich schon dumm ich bruchte champion vier leute rein und scheint sich mal bei mir bei mir posteiner ich wusste hat habe ich mich mit dem stamm und mein gott hat mich über die luft geschlagen damit das ist gut dann ist das fein